so hier gibt es eine kleine ankündigung und zwar betrifft das ganze diablo 3 ich habe folgendes vor ich dachte ich kündige uns einfach mal an und zwar werde ich am mittwoch den 28 moment ist der 28 ist der 28 mittwoch den 28 werde ich sehr wahrscheinlich ein stream machen der totenbeschwörer kommt ja am 27 gegen 23 uhr raus da werden wir es also nicht mehr hinkriegen wegen der urzeit deswegen machen wir es am 28 es ist kein season modus es ist also nur non season möglich was bedeutet ich habe mir das ganze mal so überlegt dass ich für die leute und es waren tatsächlich gar nicht so wenige in meinem letzten stream die keine ahnung von diablo haben die noch nie diablo gesehen haben also diablo 3 zumindest für die würde ich gerne so eine art story stream machen das bedeutet tatsächlich dass ich die story spielen werde wo das beinhaltet dass ich cutscenes mir ansehe dass ich cinematics mehr ansehe dass ich die ganzen leute hauptsächlich dekard kane weil der typ durchgehend redet gefühlt ausreden lasse und vielleicht auch ein bisschen erkläre zur lore mal schauen das ganze hilft mir auch ein bisschen weil ich den totenbeschwörer ein bisschen kennenlernen will also ich werde es mit dem totenbeschwörer selbstverständlich spielen so dass ich mir jeden einzelnen skill angucken kann den man nach und nach dazu bekommt gucken kann wie der damage output vom skill ist und alles mögliche und nicht einfach alles mein charakter schnell hoch baller wie bekloppt und dann die skills im nachhinein mir irgendwie ganz schnell ansehen weil es im stream langweilig ist und so deswegen machen wir das alles ganz rüstig ich kann verstehen wenn da nicht viele bock drauf haben aber es ist auch an die leute gerichtet die entweder die sich auch mal den totenbeschwörer ansehen wollen oder die halt keine ahnung von diablo haben und wir machen da mal ein bisschen story gameplay wir gucken mal wie weit wir kommen werden mit sicherheit leoric besiegen den könig und dann müssen wir mal gucken und zwar wie das weiterhin läuft ob das gut angekommen ist ob es ein paar leuten geholfen hat ob ich das weitermachen soll da wäre ein bisschen feedback nicht schlecht denn die season die neue in der ich man dann mal wieder richtig ein bisschen diablo zocken werde und auch wahrscheinlich streamen werde die beginnt erst mitte juli also noch ein bisschen hin noch quasi einen halben monat mindestens und also drei wochen oder so und vielleicht können wir in der zeit wenn ihr bock habt ein bisschen also die story allgemein mal komplett durch einmal durch rushen also rushen einmal komplett durchgehen so dass jeder was davon hat dann habe ich das quasi als story gameplay mal einmal aufgenommen auch es wird ja natürlich auf dem kanal kommen wieder hochgeladen werden also das kann man sich auch im nachhinein ansehen wenn man keine zeit hat oder so oder durchskippen will zu den zu den story stellen je nachdem aber wie gesagt ich wollte jetzt noch einmal kurz kurz sagen 28 fange ich an mit dem story stream von diablo mit dem totenbeschwörer und wer bock hat eine story kennenlernen will oder den totenbeschwörer oder einfach so bock hat sich entertainen zu lassen von mir der ist natürlich herzlich eingeladen ansonsten fette diablo streams wo wir wieder mit mehreren also ich werde es auch alleine machen ich werde jetzt nicht irgendwie mir noch leute dazu holen wahrscheinlich nicht außer irgendwie jemand den ich also ein paar kunden kollege oder so der auch die story immer wieder sich angucken will den würde ich vielleicht noch mit reinholen der aber halt auch die fresse meistens hält und so der jetzt nicht also keinen zuschauer oder sowas der dann vielleicht weg liegt oder so da werde ich will ich auf jeden fall sicher gehen weil sowas passiert mal schnell dass die leute dann cinematic wegdrücken oder irgendwie ein gespräch oder so und dann zu sagen hups deswegen machen wir das ganze maximal intern wahrscheinlich aber nur ich und ich würde mich freuen wenn ihr dabei seid bei diesem stream wenn ihr überhaupt lust habt auf die story oder den totenbeschwörer oder mich oder 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 ich rede schon wieder zu viel tut mir leid also ihr wisst bescheid ab 28 geht es los mit dem story stream und mitte juli ich glaube am 15 oder so 16 irgendwie so geht die season los da werde ich auch relativ zeitnah zum beginn der season dann anfangen da auch mal wieder was zu streamen dann gerne mit mit zuschauern und auch wieder volle pulle gas geben mit riffs und durch ballern so schnell wie möglich leveln und so das können wir dann gerne machen dann scheißen wir auf die story weil die haben wir dann einmal abgehakt ne so dann würde ich sagen ich hoffe bis zum 28 ansonsten bis mitte juli tschüssi